Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Path Kingdom Hearts Burst by Snee. Ähm, ja. Hier wären wir dann fertig. Nein, doch. Ich will aber nicht speichern. Ich hab da unten speichern gelesen und anstatt, dass sie das sagen hier, ne, war eben egal. Ich war grad etwas verwirrt, aber ohne Verwirrung geht's dann hier weiter. Ähm, Aurora-Summa wollen wir erstmal hin, weil wir ja unten da noch den Sticker haben. Nö, den wollen wir ja noch mitnehmen. Deswegen gehen wir einmal hier durch. Ich versuch's jetzt alles auf 100% zu kriegen. Ich werd's wahrscheinlich nicht mehr machen. Oder vielleicht doch, aber... Nö? Dann brauchen wir später das nicht machen. Ich hoffe doch, dass das klappt. Hm, wird's schwierig, ne? Der ist mein Sportsfreund. Aber brauche ich den Fahrradgleiter wirklich dafür. Dann muss ich den hochleveln. Die Sportsfreund ist halt schon echt noch nicht krass gelevelt, ne? Hm, vielleicht find ich ein Kampf, das wir dann machen. Hm, vielleicht find ich ein Kampf, das wir dann machen. Okay, das ist weg. Ja, springe noch höher. Hm. Hm. Schade. Na, ich glaub, wir können das doch noch nicht schaffen. Müssen doch nochmal wiederkommen. Aber ich werd' zumindest schon mal die, äh, Dings haben. Wie komm ich denn an Dings? Äh, Paragliter. Vielleicht krieg ich's ja da mit, mit der Kombination aus, äh, Paragliter und Sportsfreund. Oder ich kann halt echt drehen, wenn irgendwann, ähm... Okay. Hm. Das geht dann eigentlich mal relativ vereinfacht. Na, ne. Hui. Wir werden ihn... Oh, warte mal. Oder brauch ich den Paragliter drum auch? Ich glaub schon, ne? Ich weiß nicht, ob ich da mit dem, äh, mit dem, äh, Sprung da so hochkomme. Ich bin grad am überlegen. Ähm, die eine Truhe haben wir ja befunden, aber wir kamen einfach nicht dran. Und jetzt muss ich mal kurz gucken, wie viele, äh, Schätze haben wir denn hier... Okay, mehrere. Okay, sind schon mehrere. Äh, aber nicht außerdem, wahrscheinlich dann eher aus dem Dings, ne? Ähm, die aus dem Burghof, genau. Also, zuvor muss die Welt abgeschlossen werden. Für die ersten beiden. Und für den vierten. Okay. Okay, äh, es wird Sportsfreund, Luftspurt, Feuersturz oder Luftsturz benötigt. Okay. Also, wir sollten mit Sportsfreund rankommen. Ich war grad unsicher. Gut, dann kriegen wir mindestens, ähm... Ich glaub, nämlich die Schätze machen, was aufhundert, aber ich bin mir nicht sicher. Oh, okay. Moin. Tschüss. Äh, genau. Dass wir da, äh, mindestens die Schätze haben. Und dann irgendwann später, wenn ich's nicht vergessen, dann auch den Sticker holen. Ich weiß nicht. Es ist zwar nicht so unbedingt notwendig, aber, ähm, nice to have. Ja. Deswegen. Denk ich mal schon, dass es, äh, ein bisschen zumindest Sinn macht, den zu holen. Ja, nee. Komm. Ich hab keine Ahnung auf euch. Nöööö. Ja. 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 Ja, das ist dir jetzt wesentlich stärker. Okay. So, wo sollen das jetzt sein? vom nördlichen Ausgang und hier nordöstliche Ecke gut, ist ja hier auf dem Buchhof ist ja hier der Buchhof, also werde ich es wohl irgendwie finden vielleicht auch da oben deswegen steht da auch Mauer ah da werden wir ohne Sportfreundes wirklich hier vorkommen ich wage es ja zu bezweifeln ähm keine Ahnung, muss ich da machen weil ich hier halt auch keinen gebeten kann ähm versteht halt auch nicht verwenden ah ja hier sind zwei das ist wahrscheinlich dann hier die Mauerteile wieso kann ich das anvisieren ich habe keine Ahnung da steht auch nichts von ähm du musst irgendwie da äh ähm Dings verprügeln kurz das ist passiert deswegen ich würde sie haben die haben wir ja weeeeee ich muss die naasen ich gebe euch das schnell zurück ich glaube ohne sportsmann werden Oder wäre halt schwieriger gewesen. Vielleicht hätte man ein bisschen tricksen müssen. Ah ja, hier, okay. Das ist das andere. Okay, dann haben wir die drei schon mal. Dann triehlt... Oh, hier ist auch noch sowas. Oder kann man dann irgendwie nur die Dings hochkurschen, dass man dann die Kommando leicht gefordert hat. Ich glaube, also. Für die Kämpfe hier. Hey, don't know. Das kann ja sein. Ich meine, ist es das, was es tut? So, dann gehen wir mal weiter. Keine Lust auf Militifissim. So, hier hatten wir ja schon alles. Ja, die Kugel war auch schon mal. Ich muss ja nur da hinten holen. Da sind. Macht immer mal euer Dinger. Dinger macht meins und ihr macht euch. Ja, ne. I don't know. Ich hab mehr Bock auf euch. Genau. Ah, oh, ich hab mehr Bock, ähm... Ich hab mehr Bock, aber... Er steht mir zumindest so wie ich. Ich glaube nicht. Warte mal... genau hoch... ne, warte... echt nicht? Das ist jetzt elberlich. Was ist jetzt? Aber ich kam da doch mit dem Skipper. Ja, ähm... genau, südöstliche Plattform. Es wird Sportfreund, Luftspurt... Luftsturz... Luftspurtfeuersturz ODER Luftsturz benötigt. Eieeeh! Zu viele Stürze und Hass sind... ähm... Also muss ich doch hier irgendwie hochkommen. Okay... Wenn ich hier drauf käme, ne? Wäre halt schon... Hälfte! Bitte mach Rolljump! Komm! Okay... Ach, von haben wir doch noch so ne Rampen benutzt. Oder nicht? Ich bin verwirrt. Hätte ich Treppe noch mehr bekommen, wo du sie gehörst? Yes! Aber ich hätte... oh... Ja, klar, natürlich. Ich wäre natürlich mit dem da locker rübergekommen. Mit meinem Feuerstimmlauf. Aber ich versuch's natürlich nicht, ne? Eigentlich kommt die nur da rein, ne? Ja... War nicht wirklich, äh... Ich bin meinem Ort, glaube ich. Ne, ne. Noch? Ja... 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 Nee, bringt mir gar nichts, ähm, danke. So, dann will ich mir jetzt noch ein paar Teile abgreifen. Ach stimmt, hier war ja nichts, ne? Hier ist nichts weiter. Komme ich jetzt nochmal raus? Aber komm hier eigentlich hoch. Oder soll ich hier eigentlich hoch? Okay, warte. Kann ich noch schlimmer hin? Oder auch nicht. Hm, ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Ich muss doch mal hier rein. Kann man hier nicht erklären? Ich glaube, wir kommen zum gelben Punkt. Ah, okay. Jetzt wollen wir wieder zum Anfang, ne? Ja, klasse, okay. Es muss ja irgendwie einen Ausgang geben. Ja. Das können wir natürlich jetzt wieder, äh, die Star-Hero-Hero geben. Nee. Moment. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ich bin nicht ganky, oder noch da. Es war... Witz. Ja, die Orientierung verloren schon. Okay, dann schon in den Keako. Ah, warte, ich mach mir noch ein bisschen vor, wenn wir, äh... ... sind da keine Dings, bevor ich hier... ... meine, die Feuerschweck auch da... ... gebacken würde. Ne? Ausgesehen, muss ich... ... oder? Ja. 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 Ich benutze das nicht da unten. Nein, ich benutze das da unten dann wahrscheinlich. Nein! Ach du. Dantus! Manchmal könnte ich dir echt den Arsch kleben. Komm, mach gelb. Mach gelb. Ach, er hat gar nicht. Halt, ich hätte mal ein paar Fernkampf durchschließen müssen. Wenn ich hier unten auch loswerden kann. In der anderen haben wir so Eis und so. Und da geht's mit Feuer aus. Keine Ahnung. Warte, Kommandodex, Deckverwaltung, wäre eigentlich ne gute Idee. Äh, hier Feuer. Eis. Blitz. Oh. Kann ich den nicht verwenden, weil ich... Ja. Ero. Weil ich da irgendwie... ... das andere nicht reingelegt habe, hab ich's gar nicht voll gemacht. Ja, moin. Ja, moin. Okay, aber nein. Wenn ich die neu vollgemacht habe. Erstmal hier, oder? So. Oh. Fire. Freeze. Okay. Ich schade. Oh, das kommt dazu. Nice. Ich muss das nicht mehr rausnehmen. Nein. Ich habe das nicht mehr drin. Ja, nein. Aber da? Bisschen Hebel, ne? Wollen wir jetzt noch mal draußen haben? Mal suchen, die nicht mit nachdenken. Hier, Mattenstaub. Wir haben uns gerade das nicht verwenden können, weil, äh, wie viele Partner da sind. Wir haben uns da wie ein Eis, ne? Äh... Ach, klar. Ach, klar. Ach, klar. Ja, ist da wie ein Eis. Hm. Ich liebe uns nicht mehr. Ah, okay. Ich glaube, ich brauche tatsächlich mehr Gegner dazu. So. Das wäre ja auch immer wieder was, was wir leveln könnten, ne? Nach und nach. So, jetzt müssen wir erstmal wieder zurück. Echt ärgerlich, dass wir... oder? Warte mal. Jetzt will ich gerade überlegen, wir haben es ja auch mit Dings hinbekommen, ne? Aber ich glaube, wir waren noch nicht gut genug genug. Nein, das war auch schon ganz. Ähm... Mit dem Feuersturmlauf gerade. Dass wir da das Verwendung also kombiniert haben. Also, statt den Gleiter, äh... Obwohl wir wahrscheinlich wesentlich besser sein wollen. Dann können wir wissen, die welche kommen werden. Also, hier bei... bei McGee. Wo ist da oben die Welterfrau, die da guter ist, äh, ja. Ne? Wie hieß das nun mal? Äh, Entenhausen? Ich glaube, wir haben auch in Entenhausen gewohnt, ne? Ja? Ja, auf jeden Fall, ähm... Ist so die Zeit hier, äh, ein bisschen her, äh, dass ich mal die Comics gelesen hab. Das hab ich früher gern gemacht. Das hab ich gerade gesagt, wie gesagt, aber... Ich bin eine Weile her. Ich mein, dass mal Entenhausen ist, dass das Niki auch da gewohnt hat in Entenhausen, ne? Weil ich mein, die kannten sich ja auch mit Tick, Tick und Tuck und Tuck und, äh, hast du fast nicht gesehen. Ne, die kannten sich ja alle untereinander. Ne? Na, weiter? Ja, doch, doch, müsste er sein. Müsste, müsste er sein. Auf jeden Fall, äh, das ist ja eigentlich so Sache, dass ich, dass ich glaube, dass wir da den Gleiter haben. Nein! Ich wollte noch nicht so weit, ich wollte mich eigentlich da oben hinstellen. Ich glaube... Schwierig, ne? Ne, ich komm halt nicht hoch. Ich komm halt nicht hoch. Ja, das wär sowieso nicht, dass ich den Gleiter wählen. Ne, ich komm nicht hoch. Okay. Jetzt müssen wir wahrscheinlich da von da oben, irgendwie da rüber. Ich hab keine Ahnung, da steht irgendwas mit Treppe und Paraglider und... Oder ich brauch irgendwie den, äh, Doppelsprung. Ne? Also, dass der nochmal, äh... Ne? Besser gelevelt sein muss, aber... Also, naja. Ey, wir haben zumindest so eine Schätze und das wollte ich ja. Ja, das war ja der Plan. Deswegen können wir auch einmal, äh, hier... Speichern. Und dann rüber. Nach Entenhausen. Oder so ähnlich. Ne? Ich weiß gar nicht, ob die Sticker in die Wertung mit, äh, mit einzählen. Ich weiß ja, dass ich den Sticker hier noch brauche. Weil ich den Gleiter ja noch gar nicht habe. Na, zählen die mit rein? Ne, die zählen nicht mit rein. Okay. Das sind wohl die Schätze. Also, quasi hätten wir es ja auf 100%. So, dann wollen wir mal landen, ne? Und diese Welt besuchen. Ah, das ist Radiant Garden. Aber, ne. Ist also gar nicht Dings, ne? Ne, ist gar nicht. Das ist auch gar nicht. Ja, denn der ist hier. Wir sind ja noch gar nicht da. Sorry, jetzt habe ich gespoilert. Wir sind ja erst hier. Ist ja noch gar nicht, äh, Dings. Wir sind ja erst mal, ähm, ja. Am Ort des Wissens, oder irgendwie sowas. Ist schon etwas her. Aber weil er halt auch da ist, hatte ich das irgendwie in Erinnerung. Micky ist da oben. Genau. Oder war Radiant Garden, äh. Entenhausen. Das ist einfach nur... Ich, ich, ich bin unsicher. Äh, wo bist du denn? Wo bist du? Charakter, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Ich geh jetzt mal hier lang, ne? Oh, ich muss Micky folgen. Ich darf nicht irgendwas folgen. Ah, Mensch. Äh, Onkel Dagobert. Genau. Darf ich Dagobert folgen? Verdammt. Ich hab so viel mit ihm zu reden. Ich hab so viel mit ihm zu reden. Ich will meine, äh, Münzen anlegen. Damit ich dann nachher noch mehr Münzen hab. Das weiß der doch am besten. Ah, okay. Dann, äh, wollen wir mal Rikki holen. Und nicht da, wo wer hat. Ähm, okay. Ach, das war ja das. Ah, nee. Oh, nee. I remember. Was war ja das? Ja, ja. Ja, ja. Die können wir glaub ich gar nicht besiegen, ne? Wir müssen hier durch. Ohne, dass wir von denen getropfen sind. Ey! Ich dachte ich bin hier hinten sicher. Äh, ja. O. Ja, ja. Ja, ja. Oh, das ist doch, Bissing? O. Ich weiß vielleicht, ab zu Chris Kump. Bisschen Schuers syn. Ich könntejas. Wolltieren, Bisschen? Ja, ja. Already hin, dann. Okay, first. Wolltieren. Okay, jetzt haben wir einen Eiscreme-Sticker. Ach, ich komme ja noch gar da. Ja, egal. Ich bin ja mit einem Kammer. Ich meine, ich könnte eh nicht abwohnen, aber... Aber... Ich wollte das noch nicht... Nein! Ich wollte, dass du hier runter gehst. Ja! 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 Die sieht so groß aus. Ja. Das ist hier keine Ruhe. Ich hab hier dann nicht mehr nach. Ja! 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 genau hier dürfen wir dann wieder berichte hier haben wir wieder was auch immer so schöne namen ja 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 richtig klar aber hier guck mal so ist denn so dass sie so ein bisschen so so ein bisschen rüber gucken so, warte ich wollte dich hier ein bisschen so, und dann das so aussieht, als wenn die da so beide drinnen wären, da das ist, glaube ich, verständlich ah ja, genau haben wir auch noch zwei die wir kriegen können ich habe bis jetzt nur den einen gefunden, aber wir waren ja auch noch nicht überall ach, hi moinsen oh, die kennen wir den einen, den haben wir gesehen ach 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 ah du kannst dir nicht vorstellen, dass er gelogen haben könnte, ne ach Stop! But you're just a child! Tja. Now, who do you think will defend the castle, if you two go skipping off? But, that boy... Tja. Never you worry about him. He's a special case. Oh, what? No, he's not the truth, sorry. Lord and Castle come first. The boy will have defend for himself. Tja. Which reminds me. His lordship was asking for you. A heart devoid of darkness. Stripped clean of it that. Very questionable. Tja. Kennst den Typen, der das getan hat. Wollte ich mir mal gesagt haben. Die kennen sich. Okay, dann müssen wir dem folgen. Allein. Ja. 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 Sehr interessant. Ja. 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 Unders. Ja. 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 Anscheinend ja nicht. Eigentlich hatte ich speichern wollen, aber egal. Dann gehen wir aber weiter. Alles klar, Mann. Ich glaube, ob wir das nicht machen. Wir gehen aber weiter. Ich habe einen Buss. Fagelbeer! 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 Fagelbeer. Warte mal einen Moment, Mann. Ich hab noch nicht eine Chance für dich zu retten. Fagelbeer! Oh, du musst nicht. Fagelbeer! 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 Fagelbein! Fagelbeer! Fagelbeer! Na dann, Terra und Aqua, ne? Let's go! Ein Kind und zwei Erwachsene. Eintrittskarte für Disney-Stadt auf Lebenszeit. Na dann, wenn du schon einlebst, dann, äh, ne? Aber jetzt müssen wir erstmal hier, äh, dem tut man da, ja? Ja. Oh, das ist Merlin, stimmt. Ja, ja, du bist Merlin. Oh, ho, 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 another Scamp looking to wake the powers inside him, is that it? Nein, nicht wirklich. What? How'd you know? Haha, we wizards have a knack for knowing such things. The book is inside, on the table. You may have a gander, if you like. Ähm. Ohhhh, ja, nein! Oh, der Gesichtsausdruck. Ja, ähm. Stimmt, da war ja was. Ja! Wir werden gleich, äh... Ah, die zarte kriegen wir jetzt, ne? Ja, die nützt uns jetzt nicht mehr viel. Ach nein, jetzt weiß ich wieder warum ich Radiant Garden nutze wirklich gemocht hab. Jetzt kommt wieder was, äh, ja. Na ja. Oh, Schutzformel, ähm, finde ich super. Wollen wir ganz gut gebrauchen. Äh, na gut, dann gehen wir mal und untersuchen das Buch. Mit? Ja, Winnie the Pooh. Huiiii! Und wir sind nicht Christopher Robin. Kannste jetzt das, äh, auf dem Kommandobrett 100 Morgenwald spielen? Warte mal. Ich dachte, ich komm da schon rein. Kann ich da nicht schon rein? Ach, ich hab ja noch gar nicht das Kommandobrett Nevermind. Nevermind. Ich hab's, aber... Ich warte mal noch, wir kamen da schon rein. Nevermind. Was hast du denn für mich? Äh, aha. Wieder ein paar Sachen. Ach! Jetzt könnte ich's bekommen. Du bist lustig, mein Freund. Du bist echt, echt lustig. Genau. Das war das. Eisklinge. Und sowas. Das können wir eigentlich selber herstellen. Eisklinge, Giftklinge und Co. Aber ich glaube tatsächlich, äh... Kaufen ist auch kein schlechtes Ding, ne? Genau, nochmal hier. Äh, Betäubungsklinge haben wir schon. Hammer und Fesselschlag. Genau, den haben wir schon. Oh, warte mal hier. Steht was wir haben, ne? Hä? Feiersturmlauf hatten wir doch. Oder weil wir den gerade benutzen. Jetzt hatten wir den zweimal als Fesselschlag. Egal. Hier, Feiersturmlauf. Naja. Vielleicht genau, weil wir den ausgerüstet haben. Naja. Speichere ich mal kurz. Okay. Dann wollen wir doch mal. Die haben Fragezeichen hinterher. Ich glaube, die bringen gar nichts, ne? Ich glaube, die haben echt, äh... Warte mal. Jetzt will ich gerade mal überlegen, ob ich nicht, äh... Oh, okay. Ob ich nicht hier, äh, Dings austausche. Ähm... Nein. Hier. Ne, Aero brauchen wir eh kaum. Ähm... Hier haben wir ein paar. Ja. Ja. Fesselschlacker haben wir ja mitbekommen, dass ich jetzt doch doppelt hab. Ähm... Hier sowas wie Eisklinge. Maybe. Wie? Okay, ich warte mal, ob wir trotzdem wieder aufgeladen sind, bevor wir hier weitergehen sind. Aber warte mal, hier war der Kampf noch gar nicht, ne? Egal. Rauf! Rauf! Fire! Yeah! Hör! Vier! Frye! Ja! Ach! 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 Oha! ganz gut gelevelt, hm? Okay. War doch ein Schluch auf irgendwas, ne? Ne? Okay. Äh, du musst noch hier... Was? Was? Ja, was? Was? Oh, come on. Ach, komm mal. Ja, ja, die ist jetzt schon viel schneller aufzunehmen. Die muss sich hier so aufziehen. Okay, warte. Ich will da noch aufrufen zu kommen, aber... die Ruhe ist da nicht, ne? Ich glaube da oben. Oder? Hm. Yeah! Das geht wieder auf mich. Doch, da! Da? Tja, das hier. Ich will es nicht, äh, äh... nicht zu gehen hier runterzukriegen. Das ist ein Däuker. Das ist schon ein Däuker. Der ist schon mit der R latitude zu hochflägen. Der muss ja so auf den Rättern gehen. Das ist schon ein Däuker. Irgendwie war das klar. Oh, blocken und kontern. Abwehrkonte sind Gegenangriffe, die nach erfolgreicher Abwehr eines gegenwischen Angriffs erfolgen können. Nach erfolgreicher Abwehr löst du den Gegenangriff mit M aus. Abwehrkonte kannst du unter den Abwehrkommandos konfigurieren. Oh, warte mal. Das machen wir mal. Bevor ich das wieder vergesse. Äh, hier, ne? Genau. Drücke nach einer erfolgreichen Abwehr um eine schnelle Angriffserie. Genau. Soll ich noch einen Hilf tun? Oh, warte mal. Okay, ich den Sprung mache. Ähm. Wie wird das funktionieren? Ja, ich hab ihn nicht erwischt. Ah, dran vorbeigeschlittert. Oh. Willst du mich doch wohl verarschen? Nein. Jetzt kann ich los. Danke. Aber jetzt kommen hier keine Gegner. Brauchst du was eher, ne? Ähm. Ich bin mir nicht sicher. Ja. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Ja. Ja. Ja nein. Lass mich verarschen. Das ist echt nervig. Ich weiß auch nicht Radiant Garden zu machen. Okay einmal hier. Ja. Gerade anders in andere Richtung. Jetzt müssen wir wieder warten. Natürlich weil die halt stärker sind. Da brauchen wir auch ein bisschen länger um zu laden. Wahrscheinlich bräuchte ich die nicht mal um hier rüber zu kommen. Das ist auch so krönisch hier an der Ecke. Vielleicht habe ich das deswegen nicht geschafft. Dann haben wir halt so... Ne? Nein! Warum machst du da auch dran vorbei? Weil es so schräg ist wieder nicht und dann macht er in eine gerade Richtung. Alter, wollt ihr mich verarschen? Ihr Penner. Wieso kannst du nicht in die Richtung wo ich halt gucke? Und nicht irgendwie... Also er will dann gerade machen, aber der ist nicht gerade. Yeah! Weißt du? So ist gerade. Aber der ist halt schräg. Guck, der ist schräg von der Kante weg. Hier. Müsste ich hier so schräg, aber der will dann in die Richtung gehen. Kann ich nicht analysieren? Wie? Oh. Schultertasten werden aufgegangen. Ähm. Der ist es geht auf. Nein. Der ist nicht gesprungen. Der ist einfach nicht gesprungen. Wie ist denn einfach nicht gesprungen gekommen? Wieso bist du nicht gesprungen? Sorry. Ah, nee, ey. Er ist einfach nicht gesprungen, er ist so, oh, ich soll runter. Ich bin so ein Idiot. Oh, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich hab's kurz zu Hause gemacht, aber... Come on! Trottel. So. Bitte, danke. Oh. Alter, dieser blöde Sticker und dann ist es einer von den drei Enden, ey. Aber passt, ja, ne? Nervig, zu nervig. Okay, warte. Ja, ja. Reicht ich mal? So, die Klingeln haben. Dann kommt hier wahrscheinlich der andere hin. Waren wir nicht gerade wieder, äh... War da nicht gerade was? Ich hab keine Ahnung. Ich hab gerade irgendwie was, äh... hier was bekommen? Ah ja, doch, hier unten. Zünder an Festagsfeuer, wer etwas Besonderes geschieht vielleicht. I don't know. Machen wir's mal. Vielleicht war's sogar beim Bosskampf. Einfach nur so, aus Spaß. Ah! So, wenn ich da oben bin, dann mach ich... Beende ich... Beende ich den Pfad. Dass wir mich nicht, äh... Altlasten sollen nicht mit in den neuen Pfad. So, aber... Ich würd dann sagen, wir machen dann mal am nächsten Mal weiter. Wir sehen uns dann hoffentlich auch wieder. Bis dann. Bye! Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.